So, Pipi-Pause um. Ich hoffe, ihr seid noch da. Oh Mann, ist das cool. Mich wundert, dass mich noch keiner darauf angesprochen hat, wo meine Haare sind. Ja, ich war mal im Figaro. Prost. Und dann geht's weiter. Oh, ein Eichhörnchen. Kann ich das fotografieren? Oh nee. Hallo. Huch, okay. Das haben wir nicht hier alles. Stella! Er ist aloof. Aloof, okay. Ich bin nicht sicher. Ich denke so. Ich denke so. Wir sind glücklich, dass wir so ein gewöhnlicher Lehrer haben. Und ich liebe seine Worte. Ich auch. Sein New York-Urban-Stuff ist großartig, aber ich bin glücklich, dass er zurückgekommen hat. Screw die East Coast-Elite. Ich bin glücklich, dass er die Brotentions-Gallerie ist, dass Mark Jefferson ist, als Blackwell-Hicks. Plus, er ist ziemlich heiß für einen älteren Mann. Wenn Victoria nicht all über ihn, würde ich definitiv machen. Ich bin glücklich, dass er die Brotentions-Gallerie ist, aber ich glaube, dass er nicht die einzige Spieler hat. Jetzt, wie kennst du das? Du hast viel zu lernen hier, Blackwell. Rachel Amber hat absolut Sex mit ihm. Muss, bitte was? Interessant. Interessant. Das ist so cool, dass Blackwell eine Show von Mr. Jeffersons-Work macht. Ja, Mr. Jeffersons-Work ist das. Also von ihm ein Bild. Muss ja auch mal sein, ne? Ja, genau. Muss auch mal sein, das stimmt. Ich wollte mir etwas länger wachsen lassen, aber... Hallo? Kann ich sie nicht anreden? Hallo, wer bist denn du? Ich dachte, man kann sie anreden irgendwie, aber anscheinend ist dem nicht so. Was haben wir hier? Nochmal ein Bild von ihm. Okay, er hat so viel... Äh... Ne, nicht Energie, was wollte ich sagen? Er hatte so viel, äh, äh, äh... Na, nicht Kraft. Ach, was hat sie denn gesagt? Auf jeden Fall hat er so viele tolle Ideen. Da sagen wir es einfach, Ideen für tolle Fotos. Findet sie. Kann man die andere auch ansprechen hier? Ne, können wir nicht, okay. So, da hinten haben wir wieder die Verrückte, die da mit ihrem Tablet spielt. Die werden wir mal ein bisschen bequatschen. Ich hoffe, das geht. Die Brooke. Hey, Brooke. Hi, Brooke. Lass mich sagen. Du willst meinen Drone fliegen. Ich würde auch lieben. Ich liebe Planen und Ballons und... Ich auch. This is neither. Do you know, what a drone really is? Uh, weapon, right? Uh, you read too many conspiracy sites. Hi, so, Potos. Willkommen zum Letzvergleichshow. Okay, ja, nur weil wir es nicht wissen, was es ist. Oh, mein Gott. Eingebildete Ziege. Kann man da reingucken? Was für ein komplizierter Name für so eine kleine Drone. Okay, die Drohne. B400. Hallöchen. Hallo, Banane. Ja, leider in Englisch. Was, wir können vorspulen? Was? Zurückspulen könnten wir jetzt wahrscheinlich. Ähm. Ähm. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Oh, das gab's bei uns auch immer. Kennt ihr das? Das, bei uns gab es auch immer eine Raucherecke. Ich glaub, das gibt's in jeder Schule. Kann das sein? Das ist so eine Raucherecke, wo dann immer so die Kuhlen, die Kuhlen immer standen, die dann immer geraucht haben und alles. Das ist ja geil. Das ist immer geil. Bei uns standen immer die, die Kuhlen standen immer da. Ein Affengriech, Schätzlein, Schätzlein, Gisela. Ja, und allgemein so das Spiel bis jetzt ist sehr, sehr geil. Ich hoffe, wie gesagt, noch, dass da deutsche Untertitel kommen. Okay, da ist ein Schwimmkontest, so wie es aussieht. Otter Power heißt das Ganze. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Kannst du schwimmen, zwei Skusses? Am 6. September, 6. bis 8. September um 2 Uhr. Journal of the Top, High School, Team Nation. Die haben drei Raucherecken, okay. Sie bekommen sicher viel Milch aus der Otter Power. Black Veil Academy, die Otter Power, okay, das war die für 2012 Swim Team, ist das? Cool. Was man hier so alles entdecken kann, finde ich total faszinierend. Das macht voll Fun. Wie gesagt, das auf Deutsch nochmal wäre echt nochmal ein Highlight. Würde ich auch, wie gesagt, nochmal gerne mit euch dann zusammen nochmal spielen. Da war es doch schon wieder so ein Missing Build. Mal gucken, was es mit Rachel Amber auf sich hat. Ich bin sicher, dass dieses Poster hat Millionen von Juni gestoppt. Too much information, but here now. Multitasking keeps your busy shitter, glaube ich, but not my social media is not replacement for reality. Okay. Okay. Billy Matsch misstet ab. Cool. Guten! Hallo, mein Name ist Anna. Hallöchen! Ich finde es richtig geil, dass man sich hier auch so frei bewegen. Was haben wir denn hier? Ah, Parking. Jetzt muss ich zurück zum Dorf. Dieses Tag nicht endet. Dieses Tag nicht endet, ja. Dieses Tag nicht endet. Wir hatten eine riesen Hecke als Versteck. Ja, ich glaube, jeder hatte... Ich glaube, in jeder Schule war das so mit den Draucherecken und sowas alles. Ich fand aber, wie gesagt, die Toiletten waren immer echt gruselig. Bei uns auch. Hier haben wir nochmal so Posters. Jetzt haben wir hier... Justin! Hey, Justin! Yo! Oh, yeah! Oh, yeah? Bring it! What's your first move gonna be? Uh, jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a trade flip, you should walk on. Das machen wir da direkt nochmal. Yo, Justin. Check out the mags. Come to thrash? Justin! I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh, wow. Entschuldigung, das war so geil. Kann ich ein Foto davon machen? Oh, nein. Ist ja geil. Entschuldigung. Kann man den nochmal darauf ansprechen? Ah, okay. Wir haben ein Foto gemacht. Kann man sich das angucken? Schade, ich dachte, man kann sich das nochmal irgendwie angucken. Shit, okay. Ist ja geil. Finde ich super. Finde ich toll. Kann man nochmal mit ihm reden jetzt? Hey. Ich bin froh, dass diese Fotos in die Fremde gesehen haben. Sie sind nicht wirklich ausgerechnet Betty, aber. Ich benutze sie, aber ich bin jetzt in meiner Kamera. Ich kann sagen. Wir brauchen mehr Mädchen hier. Rachel, Amber und ihr punkten Freund haben versucht, zu skaten mit uns. Ich frage nochmal ein bisschen was über Rachel, ob er mir vielleicht was sagen kann, was Rachel... Das mit dem Weißen ist ein bisschen blöd. Woher kommt. Wenn jemand, die sie verholt, bekommt er eine Skate-Posse und holt ihn mit unseren Bordern. Kannst du dieses Spiel kaufen? Hä? Nur zu scharf? Warum? Warum kannst du dieses Spiel kaufen? In der Store. Das Spiel ist in der Store. Punk, friend. Jetzt habe ich gerade die Dings nicht mitbekommen. You hang out with Victoria. Fragen wir immer, ob er mit Victoria abhängt. Mit der schönen Victoria. Will ich mit Victoria hang out with Victoria? Fuck that. Fuck that. Fuck that. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats. Blue Hair. Hardcore. She stopped hanging out with us, after Rachel disappeared. Ran away. Let's chill later, Justin. Let's chill later, Justin. And you tell me you wanna take some action shots. We're here for you, Max. Yeah. Das Spiel ist in der Store. Du brauchst Geld, um dieses Spiel zu kaufen. Aber es gibt eine Demo-Version des Spiels in der Store. Du kannst es versuchen. Schau in der Store. In der Trial-Version. So eine hatten wir damals auch in der Schule. Rachel Amber. Mir scheint ein bisschen mehr zu wissen. Einige sagen, dass sie von einer Klippe fuß. Ich hoffe, dass sie okay ist. Viele behaupten, dass sie anscheinend einfach weggelaufen ist. Und viele behaupten, dass sie angeblich von einer Klippe gesprungen ist. Einfach so. Kannte er sie denn? Nein. Aber sie hat mich gefragt, ihr Porträt zu schreien. Sie war natürlich. Okay. Sie hat ein gutes Herz. Cool. Okay, er zeichnet uns jetzt. Da bin ich immer gespannt. Gut. Gut. Da fliegt grad die Drohne vorbei. Wow. Bestes Porträt ever. Wow. Der Talent. Muss man ja sagen. Okay, diese Aktion hat Konsequenzen. Im weiteren Verlauf des Spiels finde ich ja klasse. Finde ich ja echt super. Hier kann man mit ihm reden. Hallo. Okay, anscheinend nicht. Also, ich find's echt cool. Also. Bis wann Mastetma streamen, Luciana? Ähm. Kommt immer drauf an. Ich hab vor, heute auf jeden Fall die Episode durchzuspielen. Und danach mal schauen, was wir danach spielen. Spielen. Schauen wir mal. Hey, Evan ist hier. Evans Portfolio sieht immer so super pro. Ich würde gerne seine Fotos sehen. Spielen. Sie meint also, er ist ein sehr, ähm, Pro im Fotografieren. Ein, nein, Überpro. Und sie würde gerne die Fotos sehen. Sprechen wir ihn mal an. Hm? Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ähm. Robert Kappa, of course. I love his work. Despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege, I grant to many. I'd be honored, sir. Okay, man kann... Of course you're honored. As I am. And I hope you don't judge my work too harsh. Rachel. Moment. Da hab ich mich noch tatsächlich an meine eigene Spucke verschluckt. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ins Mikrofon husten. Ähm. Vielleicht kennt er auch Rachel besser. Und weiß ein bisschen mehr. Vielleicht können wir ihn noch mal darauf ansprechen. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Okay, er war die, die, äh, äh, am liebsten, das, das liebste Model, was er fotografiert hat. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Was, was er, sie hat gefragt, äh, 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 was ist mit, äh, äh, ihr passiert? Und er hat gesagt, nicht so gut, nicht so gut. War das richtig verstanden? Okay, wir müssen, ach ja, stimmt, wir müssen ihm ja, ach ja, das, äh, Flash Drive. Ja, 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 das USB-Stick müssen wir ja den, den, äh, war das Warren? Ich muss mal eben kurz schauen, Moment. Bei den SMS. Roran, genau, der Roran will ja seinen Flash Drive wieder haben. Und, ähm, aber ich schau trotzdem noch mal kurz hier mich ein bisschen um. Was, äh, Victorix Club, ah, Vortex Club Sucks steht da, okay. Und der Luke sitzt hier. Und, ähm, Gretchen ist ja schon mal lustig, äh? Oh, ähm, ähm. Sie sind ja noch nicht so confused, ähm. Und der Luke ist es so gut, ähm. Seine, wir haben den Vor-Tex haben. Und, ähm, ähm, oh, ähm. Ja, das ist eine Stimme, ein ganzes Arbeit. Posisi zu entsetzen. Da, was genau das Problem clubs, was man, okay? Dann sicher, dass er siten, ihn selbst einmal ohne Böcke, War ich schon in Underworld. Was ich morgen streame, ähm, weiß ich noch gar nicht. Ich bin vielleicht überlegen, vielleicht morgen mal eine Minecraft-Welt zu erstellen, hier. Ähm, mit euch zusammen, so Überlebensmodus, wo wir dann ja so die Let's Play Live-Show-Welt vielleicht mal erstellen. Ach, schauen wir mal. Ach, herrlich. Schöne Musik. So, Prost zusammen. Konntest du mit der Drohne fliegen? Nein. Konnte ich nicht. So, jetzt sind wir anscheinend so ein bisschen auf dem... Okay, wir müssen zurück zu unserem Raum. Der Englisch-Gott spielt das Spiel auf Englisch. Ja, das ist... Ja, mit dem Drohnenname, ja, ja, das habe ich gesehen. Aber ich konnte die Drohne nicht, äh, äh, nicht, ähm, nicht fliegen. Oh, hi, Max. Äh, Playstation 4, ja, ja. Genau, Minecraft-Playstation 4, ja. Achtung, Achtung, dies ist keine Sondersendung, genau. Heil Bastard. Vielleicht fangen wir... Ich bin froh, dass wir heute... Ich bin froh, dass wir heute, äh, dass wir heute anfangen mit Alien weiter... Oh, Victoria. Die schöne Victoria. Oh, look, it's Max Caulfield, the Selfie-Hole of Blackwell. What a lame Gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave-hipster-bullshit. The Daguerreion-Processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Dusch-Lampe. Hallo, Luba. Okay, hallo, Luba. Erstmal willkommen zur Let's Play Live-Show. Leider gibt's dieses Spiel nicht auf Deutsch, nur mit englischen Untertiteln und englischer Sprache. Ich hoffe nochmal, dass es auf Deutsch gepatcht wird mit deutschen Untertiteln, weil dann werde ich's nochmal spielen mit euch zusammen, versprochen. Ich find's nämlich bisher sehr, sehr geil. Okay, bei ihm können wir nichts tun. Weil es ist sehr, sehr interessant, was auch die Leute alles so zu erzählen haben. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Okay. Können wir da nochmal die Leiter irgendwie? Guckt der nicht zwischen die Beine flex? Nein, hab ich nicht getan. So. Schauen wir mal, da hinten haben wir noch jemanden sitzen. Oh oh. Oh oh. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, da würde gleich was pass- Okay, wir können's ihr jetzt zurückzahlen. Anscheinend. Ähm. Wir können's Victoria zurückzahlen, dass sie so gemein zu uns war. Jetzt muss ich nur kurz mal schauen. Ah, hier. Oh oh. Was? Was? Was bitte? Was? Okay, ich konnte irgendwas... Habe ich irgendwas verpasst, irgendwie? Was hab ich denn verpasst? Was? Hallo? Was? 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 Hä? Man konnte ja ein bisschen rennen, ne? Wie war das denn? Konnte ich irgendwas machen doch? Da kann ich nur mir das angucken. Aber irgendwie konnte ich mit dem Farbeimer, glaube ich, irgendwas tun. Die Frage ist nur, was? Hä? Hm. Aber die Frage ist, was? 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 Ah, Ladder. Ah, hier, Ladder. Ich will nicht mit dieser Ladder und her, poor Samuel. Ich will nur Victoria wegwerfen, wegwerfen. Bitte was? Hehehehe. Wir dürfen uns doch nicht erwischen lassen, natürlich, ne? Okay, wir sehen, ob das funktioniert. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Was wir da gemacht haben. Weil wir haben jetzt ein bisschen den Farbeimer präpariert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, dass wir, äh... Das wäre so geil. Ich würde so feiern. Oder? Shit. Hä? Ja, aber der Eimer fällt dann runter, und... Man, shit! Hi, Gottes Hand! Hehehe, Episode 1 flasht. Ja, supi. Shit. Ähm... Ja, das hoffe ich doch natürlich. Das Problem ist nur, mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Also, ich versuche... Ich bin gerade so ein bisschen am Hängen. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier... Okay, den Eimer präparieren, das ist klar. Aber dann, was... Aber... Aber was dann? Nein, 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 nein. Haben wir jetzt den Eimer präpariert? Müssen wir noch tun, nochmal. So, skip. Okay, wir sehen, ob das funktioniert. Wee! So, vielen, vielen Dank für die Leute, die alle zusehen. Dankeschön, dass ihr da seid in der Let's Play Live Show. Und vielen Dank auch für die Hilfen von euch allen. Ja, wie gesagt, wir versuchen uns so ein bisschen hier durchzuschlagen. So, wir haben hier die nette Kate, die so ein bisschen aussieht wie ein Zombie. Die guckt so ein bisschen traurig. Sprechen wir uns mal an. So, wie war die Klasse? Wie war die Klasse heute? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich bin nicht mehr über alles heute. Ist da irgendwas... Max, ich würde gerne alleine sein, wenn du nicht möchtest. Ich bin sorry. Okay. Max, kriege eine Klasse. Ja, ja, ist ja gut. Okay, sie mag anscheinend nicht mehr mit uns besonders. Sie ist nicht sehr gesprächig. Okay, ja, ja, ja. Angeber. Hatten wir eigentlich schon mit... Komm, wir sprechen nochmal Viktoria an. Komm, machen wir nochmal. Komm, wir sprechen zusammen. Komm,YO Skate. Komm, wir essen einfach or dirigieren. Like vom